Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenausklang. Ja, letzte Woche ist ja leider ausgefallen, wir hatten Karfreitag, ich war nicht in der Redaktion und trotzdem hat sich die Welt weiter gedreht. Und es sind viele lustige, spannende, interessante Dinge passiert über das eine oder andere, haben wir uns gestern auch schon unterhalten und zwar beim Dachtegenduett. Das Dachtegenduett, also den Kanal, werde ich gleich am Ende dieser Sendung hier verlinken. Also schalten Sie auch gerne da ein und abonnieren Sie den Kanal. Wollen wir beginnen mit ein bisschen Bildung. So, jetzt macht gerade hier so ein Diagramm die Runde durch die sozialen Medien, wird also fleißig geteilt und aus diesem Diagramm geht hervor, wie hoch die Steuereinnahmen in Deutschland insgesamt waren. Und zwar vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2022. So, 2009 lagen die Steuereinnahmen Deutschlands insgesamt noch bei 524 Milliarden Euro, also schlappe 524 Milliarden Euro, während sie 2022 schon bei 895,7 Milliarden Euro lagen. Und was soll man sagen, uns geht es doch allen viel, viel besser, stellen wir doch fest, wirtschaftlich, persönlich und sowieso, ja, dafür zahlen wir doch gerne, nicht wahr? Auch so schöne hohe Steuern. Nun fahren wir fort mit einem weiteren Diagramm. Ein Diagramm, auf dem unser Bundeskanzler Olaf Scholz sogar den Spitzenplatz belegt. Ja, und zwar hat dieses Diagramm die New York Times veröffentlicht, unter der Überschrift The World's Unpopular Leaders. Und keiner ist so unbeliebt wie, wie gesagt, Olaf Scholz. Der wird nämlich von 73 Prozent der Leute gewissermaßen abgelehnt. 73 Prozent der Leute sind nicht mit ihm zufrieden. Dicht gefolgt wird er dann von Emmanuel Macron, der von 71 Prozent der Leute nicht gemocht wird. Weiter geht's mit Yo-Suk-Yeol aus Südkorea. Das ist der Regierungspräsident aus Südkorea. Den mögen 70 Prozent der Leute nicht. Fumio Kishida aus Japan, den mögen ebenfalls 70 Prozent der Leute nicht. Rishi Sunak aus dem Vereinigten Königreich, den mögen 66 Prozent der Leute nicht. Justin, nee, doch Justin Trudeau aus Kanada, naja, der ist ja fast schon beliebt im Vergleich dazu. Und zwar lehnen ihn nur 59 Prozent der Leute ab. Joe Biden wird von 54 Prozent der Leute in den Vereinigten Staaten abgelehnt. Wobei ich das tatsächlich einigermaßen finde, das muss geschönt sein. Das glaube ich so nicht wirklich. So, ja, Sie sehen also die Führer der westlichen Welt. Insgesamt erfreuen sich keiner allzu großen Beliebtheit. Ja, und wo wir schon mal beim Thema Olaf Scholz sind. Die BILD berichtet. Zwei verlorene Jahre. Industrieboss geht auf Kanzler los. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung geht Industriepräsident Siegfried Russwurm hart mit der Ampelregierung ins Gericht. Es waren zwei verlorene Jahre, auch wenn manche Weichen schon in der Zeit davor falsch gestellt wurden, sagte Russwurm mit Blick auf die bisherige Regierungszeit der Ampel. Russwurms Wort hat Gewicht. Er ist der oberste Vertreter der deutschen Industrie. Mit ihren acht Millionen Mitarbeitern und damit auch wichtiger Ansprechpartner für die Bundesregierung. Doch gerade die Gespräche mit dem Bundeskanzler lassen Russwurm wohl immer ratlos zurück. Wenn uns strategische Souveränität wichtig ist, müssen wir in Kauf nehmen, dass auch sie ihren Preis hat und die höheren Kosten akzeptieren. Ja, das ist das, was Russwurm wörtlich gesagt hat. Also er, ja, wie soll ich sagen, er spricht damit vermutlich die deutsche Energiepolitik an und die Souveränität, die wir uns erhoffen. Nun, meine Damen und Herren, um das Ganze hier ein bisschen abzukürzen, ich halte das alles für Schattenboxen. Ich halte das alles für eine billige Show für den Pöbel, denn wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Die Weichen, von denen hier der Herr Russwurm spricht, die wurden ja schon vor weit über 20 Jahren falsch gestellt. Und zwar mit der Verabschiedung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes. Also spätestens zu dem Zeitpunkt, als sich die Regierung zum Ziel gesetzt hat, sowohl aus der Kohleverstromung als auch aus der Kernenergie auszusteigen, ja, hätten die Alarmglocken bei den deutschen Industriellen eigentlich hell auf leuchten müssen oder läuten müssen. Ja, und spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten die deutschen Industrievertreter eigentlich, ja, wirklich richtiggehend auf die Barrikaden gehen müssen. Denn, ich sag's mal so, was heute falsch ist, das war damals auch schon falsch und man hätte es damals auch schon wissen können. Ja, nein, man hätte es wissen müssen. Ja, aber nichts ist passiert. Sie haben es ja selber mitgekriegt. Im Gegenteil sogar. Ja, man hat alles mitgetragen, man hat alles abgenickt. Die Parteien wurden weiterhin üppig mit Spenden versorgt und, ja, man hat, wie gesagt, jede Unsinnigkeit, die da beschlossen worden ist, abgenickt und mitgetragen. Ja, und ich sag's mal so, diese Unsinnigkeiten, derer hat es ja in der Vergangenheit reichlich gegeben, ja, und das fing nicht erst mit der Einführung des Euros ein. Ja, und da muss man einfach mal drüber nachdenken. Also, für mich lässt das eigentlich nur einen einzigen Schluss zu und zwar, dass der deutschen, ich sag mal, deutschen Industrie, der Standort Deutschland hier ganz offenkundig am allerwertesten vorbeigeht, ja. Also, ob die deutsche Industrie jetzt hier in Deutschland oder sonst wo produziert, scheint den Anteilseignern dieser deutschen Industrie doch, wie gesagt, weitestgehend egal zu sein. Oder, wie soll ich sagen, vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Ja, vielleicht haben einige Anteilseigner dieser deutschen Industrie sogar ein Interesse daran, dass die deutsche Industrie hier die Segel streicht und stattdessen andernorts produziert. Also, andernorts Arbeitsplätze schafft und andernorts Wohlstand schafft. Ja, ich weiß es nicht, ne. Denken Sie mal selber drüber nach. Also, mir gehen diese Gedanken hier so durch den Kopf und ja, dazu passt übrigens auch noch folgender Artikel wie die Faust aufs Auge. Und zwar berichtet NTV. Stellenabbau und Abwanderung. Wird 2024 das Jahr der Deindustrialisierung? Hohe Steuern, wachsende Energiekosten und eine bremsende Bürokratie. Die deutsche Wirtschaft steht vor einigen Schwierigkeiten. Darüber hinaus locken gerade die USA mit saftigen Subventionen. Der Geschäftsführer der Bonner Wirtschaftsakademie, kurz BWA, Harald Müller, hat 2024 deswegen zum Jahr der Deindustrialisierung ernannt. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist in vollem Gange, zitiert ihn das Branchenportal Produktion.de. Aus Gesprächen mit Vorständen, Geschäftsführern und Betriebsräten weiß er, Die Verunsicherung in weiten Teilen der Wirtschaft ist groß. Etliche Unternehmen bereiten längst im großen Stil Produktionsverlagerungen ins Ausland vor. Es geht nicht mehr um die Frage ob, sondern nur noch um die Frage wie und wie schnell, stellt Müller fest. Er rechnet damit, dass ganze Wirtschaftszweige schon bald ins Ausland abwandern werden. Ja, meine Damen und Herren, und dann ist hier Essig mit Wohlstand. Ja, das sind doch mal rosige Aussichten und ich sag mal so, man muss hier schon von Vorsatz ausgehen. Denn ich sag mal, alles was die deutsche Industrie hier dazu bewegt, die Segel zu streichen und abzuwandern, ließe sich ja, ich sag mal, mehr oder weniger problemlos abstellen. Also Steuern ließen sich reduzieren. Kein Problem. Energiekosten ließen sich senken. Man müsste halt entsprechende Anstrengungen unternehmen. Ja, und die Bürokratie, ja, selbstverständlich ließe sich auch die Bürokratie abbauen. Ja, das ist meiner Meinung nach keine allzu große oder keine Raketenwissenschaft, ja, um hier nochmal auf die Rolle der Industrie einzugehen, also der Industrievertreter. So, ich glaube, deren Vertreter hätten ja in der Vergangenheit durchaus die Möglichkeit gehabt, hier auf die Politik einzuwirken, ja, und entsprechende Forderungen zu stellen. So, und man hätte das allein dadurch erreichen können, dass man beispielsweise die Spenden, also die Parteispenden so ein klein wenig reduziert oder vielleicht sogar umleitet, einer anderen politischen Partei zukommen lässt, unter der Bedingung, dass dann dieses oder jenes unternommen wird. Aber nein, auf diese Idee kommt man natürlich nicht. Nicht, äh, nein, stattdessen, sie haben es alle mitgekriegt in den vergangenen Wochen, immer wieder dieselbe Leier, äh, den Wirtschaftsstandort hier in Deutschland gefährden vor allen Dingen die bösen Rechtsextremisten, also die bösen, bösen Leute von der AfD, ja. Also wegen der AfD bleiben hier die Fachkräfte aus und deswegen kann es hier in Deutschland nicht weiter vorwärts gehen. Ja, apropos AfD, da wird ja gerade wieder relativ kurz vor den Europawahlen und auch passend zum Thema Europawahlen eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Sie haben es ja wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die BILD berichtete, AfD-Politiker soll Kreml-Schmiergeld kassiert haben. Putin-Kumpel jetzt ein Fall für den Staatsanwalt. Was im Brief der Parteichefs an Peter Büstron steht. Jetzt wird es eng für Putin-Kumpel Peter Büstron, 51 von der AfD. Die Affäre um seine Verstrickung in ein korruptes Propagandanetzwerk des Kremls ist jetzt ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Dr. Klaus Ruhland, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, zu BILD, wir haben ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet und prüfen derzeit die Erkenntnisse. Mir kommt dabei nur ein Gedanke. Ist es verboten, hier in Deutschland pro Putin Propaganda zu machen? Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Jurist. Also vielleicht ist ja unter Ihnen ein Jurist oder ein Fachkundiger, Michael, der mir diesbezüglich mal eine Antwort geben kann. Also mich irritiert das Ganze so ein bisschen. So, weiter im Text. Nach Bildinformationen kam Belastungsmaterial vom tschechischen Nachrichtendienst BIS. Das wurde dann vom Verfassungsschutz an die Ermittler übergeben. Zuvor hatte die AfD-Spitze den Bundestagsabgeordneten Büstron Listenplatz 2 bei der Europawahl und Europawahl Spitzenkandidat Maximilian Krah aufgefordert, schriftlich Rapport zu leisten. Ja, meine Damen und Herren, das hat Peter Büstron dann auch getan. Also er hat ein Schreiben formuliert. Und, meine Damen und Herren, ich werde dieses Schreiben jetzt in voller Länge vortragen, denn ich denke, das ist wichtig, um die weiteren Entwicklungen in diesem Fall richtig einordnen zu können. Also es handelt sich hier um einen etwa zweiseitigen Text. Liebe Alice Weidel, lieber Tino Chupala, gerne komme ich eurer Bitte nach, für die Kollegen im Bundesvorstand, kurz die Causa Voice of Europe und der damit verbundenen Diffamierungskampagne gegen Politiker von sechs europäischen Parteien, darunter auch mich, zusammenzufassen. Das Wichtigste vorweg. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von VOE oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Ich finde, das ist eine eindeutige Aussage, oder nicht? Wie kam es dazu, dass wir so etwas überhaupt diskutieren müssen? Vor einer Woche setzte die tschechische Regierung das Newsportal Voice of Europe und den ukrainischen Oppositionsführer Viktor Medvedchuk sowie den ehemaligen ukrainischen Abgeordneten der Oppositionsplattform fürs Leben, Artem Marczewski, auf die tschechische Sanktionsliste. Der Schritt wurde damit begründet, das Medium hätte pro-russische Propaganda verbreitet und dazu gedient, Gelder an westliche Politiker zu zahlen, um pro-russische Narrative zu verbreiten. Wörtlich hieß es in der Erklärung, die Desinformationsnarrative von Voice of Europe zielen insbesondere systematisch darauf ab, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und ihre Unterstützung durch internationale Partner infrage zu stellen und die öffentliche Meinung mit dem Ziel zu beeinflussen, die Unterstützung für die Ukraine und ihre Bevölkerung zu verringern. Dass diese globalistische Kampagne in Tschechien gestartet wurde, ist kein Zufall. Die Regierung des tschechischen Premierministers Peter Fiala gehört zu den stärksten Befürwortern der Fortsetzung des Ukraine-Krieges, die tschechische Waffenindustrie zu den größten Profiteuren des Konflikts weltweit. Ich meine auch mal gehört zu haben, dass dieser Peter Fiala tatsächlich einer der unbeliebtesten Politiker ist, die Tschechien je gesehen hat. Fahren wir aber mal fort. Wo war ich denn? Ah ja. In der gleichen Sitzung verabschiedete die tschechische Regierung neben den Sanktionen gegen Voice of Europe auch weitere Munitionskäufe für die Ukraine. In der Folge startete das tschechische Pendant von Korrektiv, die Plattform Denik N, zusammen mit dem Deutschen Spiegel, eine Diffamierungskampagne, deren Narrative zahlreiche andere Medien ungeprüft übernommen haben. Kommt uns irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Durch diese Diffamierungskampagne sollen Oppositionspolitiker in mehreren europäischen Ländern beschädigt und kritische Journalisten zum Schweigen gebracht werden. Jeder, der sich für den Frieden und gegen die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine einsetzt, soll als russischer Agent diffamiert werden. In Deutschland sind Max und ich betroffen. Also Maximilian Krah. Ja, alles eigentlich nichts Neues. Also wir erinnern uns an Potsdam 2.0. Auf Social Media wird die Kampagne mehrsprachig von der globalistischen NGO European Value Center for Security Policy mit Sitz in Prag verbreitet. Und jetzt kommt's. Die Finanziers dieser NGO sind USAID, US Embassy in Prag, US Foreign Ministry, Konrad-Adenauer-Stiftung, Hans-Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, das tschechische Außenministerium, tschechisches Regierungsamt, britisches Außenministerium, kanadisches Außenministerium, die EU-Kommission, eine Reihe von Soros-NGOs und andere. Nur damit Sie wissen, woher das alles kommt, wer das alles lanciert hat. Fun Fact. Der Chef dieser ehrenwerten NGO, Jakob Janda, hat früher tragende Rollen in der Gay-Porno-Filmszene gehabt, bevor er sich dem Kampf um die Demokratie und europäische Werte verschrieben hat. In Tschechien berichtete darüber mit eingebettetem Video sogar die größte Tageszeitung Blesk. Gestern veröffentlichte DENIK-N, also dieses Pendant zu Korrektiv, die Nachricht, der Chef des tschechischen Nachrichtendienstes, Kuduleka, hätte bei einer Unterrichtung der tschechischen Regierung gesagt, dass er den deutschen Politiker mit tschechischen Wurzeln, Peter Büstron, verdächtigt, mit einem prorussischen Netzwerk, um Viktor Medvedevchuk in Verbindung zu stehen. Die Minister hörten, dass die Spionageabwehr auf der Grundlage von Audioaufnahmen arbeitete und den Verdacht hegte, dass Büstron das Geld hätte an sich nehmen können. Ja, dies ist zwar sehr nebulös formuliert, doch reichte es wiederum für eine Welle der Berichterstattung. Eine Welle der Berichterstattung, in der insoniert wurde, ich hätte Gelder von den Russen genommen, um Putin-Propaganda zu betreiben. Das ist natürlich Blödsinn, dem ich entschieden widerspreche. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass wir hier Zeugen eines uns allen leidlich bekannten Phänomens sind. Ich sage es ja die ganze Zeit. Wie bereits in mehreren früheren Wahlkämpfen versuchen die Regierenden, die starken Umfragewerte der Opposition mit Diffamierungskampagnen unter Zuhilfenahme der Geheimdienste zu drücken. Im Bundestagswahlkampf war es der instrumentalisierte Verfassungsschutz. Im jetzigen EU-Wahlkampf ist es nun der tschechische Geheimdienst. So wird versucht, ein starkes Abschneiden von rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa sowie die Bildung einer starken Fraktion zu verhindern. Ich habe bereits Kontakt mit Anwälten sowohl in Deutschland wie in Tschechien aufgenommen, um gegen diese Verleumdung vorzugehen. Der Kampf wird jedoch nicht im Gerichtssaal, sondern in der politischen Arena gewonnen, wie uns die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen. Ich danke allen Kollegen, die mich und Max unterstützen. Dies gilt auch für die betroffenen Kollegen der anderen europäischen Parteien, die mit Gelassenheit und erstaunlicher Abgeklärtheit reagieren. Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir durch unseren Zusammenhalt diesen unfairen Angriff abwehren werden. In meiner letzten Stellungnahme habe ich den tschechischen Geheimdienst aufgefordert, die angeblichen Abhörprotokolle zu veröffentlichen. Es wäre schön, wenn auch ihr diese Forderung erheben würdet. Denn so könnten wir diese auf falschen Anschuldigungen aufgebaute Kampagne durch Fakten zum Platzen bringen. Schöne Grüße, euer Peter. Ja, meine Damen und Herren, so weit, so gut. Und jetzt eine weitere Meldung von heute früh, die mich doch ein Stück weit irritiert zurückgelassen hat. Und zwar berichtet hier NTV. Soll aus EU-Wahlkampf aussteigen. AfD-Spitze rückt von Büstron ab. In der Affäre um angeblich angenommene Gelder aus Russland hat die AfD-Spitze dem AfD-Bundestagsabgeordneten und Europawahlkandidaten Peter Büstron nahegelegt, aus dem laufenden Europawahlkampf auszusteigen. Da Büstron nicht mehr von der Wahlliste der AfD zum Europaparlament gestrichen werden könne, solle er nach der Wahl außerdem zum Mandatsverzicht gedrängt werden, wenn er die Vorwürfe nicht aus der Welt räumen könne, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf Parteikreise. Also, genaueres habe ich an dieser Stelle jetzt auch nicht erfahren. Also, ich weiß jetzt nicht, wie man diese Meldung genau einordnen soll. Also, Weidel hat sich ja bis jetzt noch nicht erklärt. Also, ich habe gerade noch mal auf ihrem Twitter-Account nachgeschaut. Ich hätte es mir gewünscht, dass dort vielleicht schon eine Stellungnahme veröffentlicht worden wäre. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das noch folgt. Also, wenigstens jetzt im Laufe dieses Wochenendes. Aber ich sage es jetzt mal so. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Sollte es zutreffend sein, dass die AfD, also die Spitze der AfD, aufgrund von Verdächtigungen eines, ja, unter anderem des Relotius-Blattes Spiegel, hier von ihrem Spitzenkandidaten, also von einem der Spitzenkandidaten abrückt, ja, also den Verdächtigungen gewissermaßen regelrecht Gewicht verleiht, dann kann die AfD nach meinem Dafürhalten komplett einpacken. Ja, also wir haben es ja, wie gesagt, in den letzten Monaten erlebt, wie diese Kampagnen funktionieren. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass dieser Brief von, beziehungsweise die Beschreibung hier von Peter Büstron weitestgehend zutreffend ist, dass nämlich hier politisch versucht wird, mit allen möglichen Mitteln, eben auch geheimdienstlichen, die böse rechtspopulistische Opposition unten zu halten und, ja, wie gesagt, denen die Stimmen zu klauen. Also das müsste man, glaube ich, auch in der AfD-Spitze, naja, wissen, dass man sich solcher Methoden hier bedient. Sie hat es ja selber erst jüngst erlebt. Insofern, meine Damen und Herren, ich bleibe wirklich, wirklich überaus spannend, was da jetzt am Wochenende folgt, also welche Erklärungen da jetzt folgen werden, insbesondere von Alice Weidel, in der Hoffnung, dass diese Beschreibung hier in dem NTV-Beitrag nicht so zutrifft, wie man es glauben könnte. Es wird daher auch oft gerne spekuliert, um die Menschen, die Leser, die Zuschauer, rein gedanklich schon mal in so eine gewisse Richtung zu lenken. Ja. Jetzt habe ich hier noch jede Menge andere Notizen, aber das hat jetzt wohl doch ein bisschen länger gedauert. Als ich dachte, aber das werde ich Ihnen noch vortragen. Karl Lauterbach, Sie kennen Karl Lauterbach. Karl Lauterbach hat sich wieder zu Wort gemeldet, auch wieder bei Twitter. Ich weiß immer noch nicht, was der da noch sucht. Der wird doch nur noch verrottet da. Naja, wie gesagt, Karl Lauterbach hat sich zu Wort gemeldet und geschrieben, Hitze im Sommer wird leider immer mehr zu einem Problem. Zehntausende Menschen sterben in Europa. Bundesministerium für Gesundheit wird erneut Hitzeschutzplan auflegen. Danke an BAEK aktuell für die Initiative zum Hitze-Schutz-Tag. Ach ja, genau. Ich wollte auf Folgendes hinaus. Ich habe nämlich bei Telegram auf der Seite von Henning Rosenbusch eine lustige Meldung gefunden. Und zwar hat das International Journal of Digital Earth folgende Meldung rausgebracht, beziehungsweise eine Studie rausgebracht. Und aus der geht Folgendes hervor. Ich zitiere jetzt mal von Henning Rosenbuschs Seite. Für mehr als 13.000 Inseln weltweit wurde untersucht, ob sich die Küste seit 1990 ausdehnt oder zurückzieht. 93% der Küsten waren stabil oder wanderten in Richtung Meer. Die Küsten der Inseln wuchsen netto in Summe um 420 Quadratkilometer. Von 2000 bis 2020. Für Inseln, welche Küstenfläche verloren, war ein Meeresspiegelanstieg nicht der dominierende Faktor. Alles löst dich auf. Diese ganzen Lügengeschichten. Irgendwann einmal kommt alles auf den Tisch. So, reicht jetzt aber für heute. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn Sie es noch nicht getan haben, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und falls Sie irgendwie die Möglichkeit haben, dieses Video hier zu teilen. Und ja, aufmerksam möchte ich machen, unbedingt auf unsere Seite freiheitsfunken.info. Schauen Sie da vorbei. Da erscheinen jede Woche, jeden Tag, zahlreiche Kolumnen von unseren Spitzenkolumnisten. Und dort haben Sie auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Gerne per PayPal, gerne per Bitcoin, gerne per Überweisung, Kreditkarte, was Sie wollen. Ja, und wie gesagt, abonnieren Sie gerne auch die anderen Kanäle, eigentüblich frei. Und das Dachtheken-Duett. Und ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein schönes, angenehmes, erholsames Wochenende. Und wir sehen uns dann Montag wieder, dann wieder auf dem Kanal von eigentümlich frei. Alles Gute, bis dann und tschüss. Und dann wieder auf dem Kanal von eigentüblich frei.